Wie berechnet man den Grundwert? Und zwar haben wir folgende Situation. Und zwar haben wir ein Fahrrad, das vergünstigt wurde. Das kostet nur noch 500 Euro. Und das sind 60% vom ursprünglichen Preis. Man möchte gerne wissen, wie hoch ist denn der ursprüngliche Preis gewesen? Und das kann man durch zwei Methoden rechnen. Der Dreisatz ist die erste Methode. In der linken Tabellenhälfte schreiben wir Prozent hin, das ist die gegene Information. Und auf die rechte Euro, das ist die gesuchte Information. Da wir gerne wissen möchten, wie viel hat das Fahrrad vorher gekostet. Und nun tragen wir ein paar Informationen ein. Und zwar müssen wir, dass 60% 500 Euro ausmachen. Beim Dreisatz ist es üblich, dass wir da immer auf die 1 kommen möchten. Um nun von der 60 zu 1 zu kommen, müssen wir geteilt durch 60 rechnen. Auf der anderen Seite machen wir das auch nochmal. Also 500 geteilt durch 60. Unsere Fragestellung ist ja, wie teuer war das Fahrrad vorher? Also 100%. Von der 1 zu 100 kommen wir, indem wir mal 100 rechnen. Und auf der anderen Seite machen wir das auch nochmal. Und das können wir eben nochmal ausrechnen. Und dann haben wir dort in etwa 833 Euro und 33 Cent raus. So teuer war das Fahrrad vor der Vergünstigung. Der andere Weg, um das auszurechnen, ist die Formel. Die ist so aufgebaut. Der Grundwert ist G, der Prozentwert W und der Prozentsatz ist P. Nun setzen wir ein. Bei 500 Euro liegt der Prozentwert. Und 60% ist der Prozentsatz. Das rechnen wir nochmal schnell aus. Und das Ergebnis ist dasselbe. Hat dir dieses Video geholfen? Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen.